Hey, mein Name ist Böltun. Ich bin verzaubert, aber das können Sie sicher denken. Hunde können nicht sprechen. Kennen Sie Lennart mal im Quiz? Er soll mir dabei helfen, diesen Mopskörper endlich wieder loszuwerden. Naja, und die dunkle Mächte besiegen soll er auch. Tja, dabei glaubt er nicht mal an Magie. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Sie auch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017